8.50 Uhr, heute 5 bis 10 Minuten später. Vor uns der Odeo-Zugatz, links der nördliche Thailia Residenz, in der Mitte die Feldherrenhalle und rechts daneben die sonnengelbe Barockkirche, die als Theatinerkirche bezeichnet wird. Die Kirche wurde aus dem gleichen Grund wie Schloss Nymphenburg erbaut. Anlässlich der Geburt... ... 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